Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Sarenk und heute gibt es als Thema mal was zu OneNote und zwar dass OneNote ja ein Cache Verzeichnis anlegt und dieser Cache Verzeichnis relativ groß werden kann, wenn man OneNote sehr exzessiv nutzt und gerade zum Beispiel auf einem Terminator, wo man viele Benutzer hat, das wirklich zu Speicherplatzproblemen auf dem Laufwerk C führen kann. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked doch bitte das Video und über ein Abo freue ich mich auch. Das Problem rührt daher, dass OneNote ja, also wenn man jetzt sehr viele Notizbücher in OneNote anlegt, ja nicht jedes Mal das ganze Notizbuch herunterladen möchte. Das würde ja bei jedem öffnen relativ lange dauern, also wird ein großer Teil zwischengespeichert und zwar auf dem Laufwerk C unter dem User Ordner in AppData und OneNote bietet keine Möglichkeit intern, also in der Software einen anderen Cache-Pfad auswählen zu können. Ich habe hier so ein Beispiel und zwar, das ist jetzt die Sicht auf einen von mir zu betreuenden Terminal Server und hier sehen wir schon verschiedene Benutzer. Einige habe ich schon ausgelagert, deshalb sind die relativ klein, aber problematisch sind halt die hier oben. So und der größte Teil dieser Daten hier, die werden durch OneNote belegt. Das heißt, wir können das hier mal aufklappen, gehen hier in AppData, in Local und Microsoft und dann sehen wir hier 10,9 Gigabyte nur das OneNote für diesen User. Der Terminal Server läuft hier auf einem Hypervisor, das heißt, der ist virtuell. Der Hypervisor ist reicher platztechnisch ein wenig begrenzt, zumindest dort, wo das Laufwerk C draufliegt. Und es gibt keine Möglichkeit, diese virtuelle Festplatte, die von dieser virtuellen Maschine verwendet wird, großartig zu vergrößern. Das liegt daran, dass halt der Server viel kleiner gekauft wurde und über die Zeit halt immer mehr User dazugekommen sind. So, was habe ich gemacht? Ich habe im Prinzip in den Hypervisor Server, also in die Hardware, ein zusätzliches Storage eingebracht und habe im Prinzip eine neue virtuelle Festplatte angelegt, die hier in dem System jetzt unter nicht C unter X halt eingebunden ist. Also das ist im Prinzip wie eine zweite Festplatte. Hier habe ich das jetzt schon mal gemacht. Jetzt habe ich hier im Prinzip einmal den OneNote Ordner komplett umkopiert. Das heißt, wenn ich hier mit dem Tree Sites mich einlogge, jetzt sieht man, erst war der mit 17 Gigabyte, jetzt ist der nur noch 6,8 Gigabyte. Habe ich eben gerade umkopiert. So finden tut man jetzt den OneNote Ordner Microsoft und jetzt ist der OneNote Ordner hier bloß noch 0. So, das machen wir jetzt noch mal für einen zweiten User. Und zwar, ich gehe jetzt hier auf das C beziehungsweise wir suchen uns einfach den nächstgrößeren aus. Das heißt, hier ist es jetzt der User 21. habe ich jetzt aufgeklappt, sind jetzt 8,4 Gigabyte. Dann öffne ich den und schneide, also kopiere oder beziehungsweise ausschneide den ganzen Inhalt. Dann gehe ich auf mein zweites Laufwerk, lege hier einen Ordner erstmal an. 20 Natürlich muss man aufpassen, dass kein User OneNote jetzt noch in Verwendung hat. So, und einfügen und jetzt kopiert er erstmal. Das Kopieren ist, wie ihr gesehen habt, relativ ineffizient. Das liegt daran, dass in diesen Cache-Ordnern sehr viele tausend kleine Miki-Dateien liegen. Die Frage ist, warum man das nicht nur den Ordner umhängt, weil er würde sicher den nächsten Tag dann wieder neu den Cache ziehen. Ja, aber der Mitarbeiter freut sich natürlich, wenn dann jede Datei, die er gerade öffnen will, erstmal wieder minutenlang geladen wird, je nachdem, wie groß ein Notizbuch ist. So, nun kommen wir zu dem zweiten Schritt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ordner gerade kopiert. Wir sehen hier unten, zeigt er an, schon 23 GB. Ursprünglich hatte der mal hier nur noch 4 GB frei. Wir können das ja nochmal aktualisieren, damit wir das nochmal bestätigen lassen können. Aber 23 GB. Das heißt, wir haben jetzt schon knapp 20 GB wieder an freien Sprecherplatz gewonnen, nur durch das Kopieren dieser zwei Ordner. So, das heißt, wir haben jetzt User 21 und den User 4 hatten wir kopiert. Das heißt, hier ist jetzt der User 21 mit einem leeren OneNote-Ordner. Den müssen wir jetzt entfernen. Das heißt, wir gehen jetzt hier eine Ebene höher und löschen den Ordner OneNote. So, das geht natürlich nur, wenn die User auch wirklich abgemeldet sind. So, dann machen wir uns die Eingabeaufforderung auf mit Administratorrechten. Das heißt, einfach CMD oder halt hier, wenn man es schon angehäftet hat, mehr und als Administrator aussehen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, hier sieht man, ich habe schon reinnavigiert in den Ordner C, User 04, AppData, Lokal, Microsoft OneNote. Und das ist natürlich jetzt falsch, weil den Ordner gibt es ja jetzt nicht mehr. Hier, so, hier, so, ne, wir sind ja in User 21, das heißt, wenn wir jetzt den 21 erstmal ändern, ist falsch, und User 04 gibt es den natürlich noch. So. So, und hier gibt es jetzt den natürlich nicht mehr. So, jetzt verknüpfen wir, also jetzt legen wir im Prinzip eine Verknüpfung an, die OneNote heißt und auf dieses Verzeichnis in dem Laufwerk X verweist. Für OneNote selber ist das so, als ob dieses Verzeichnis unterhalb AppData, Lokal, Microsoft unter dem Benutzer existiert. So, und der Befehl, den wir hier verwenden, der nennt sich mk-link, mit dem Parameter d, legen, also, dann geben wir den Verknüpfungsnamen an, der wäre in unserem Fall fad on note. Und jetzt, als zweites, geben wir den Pfad zum, ich weiß, ich mache das mal hier so, on note. Als zweiten Parameter oder als dritten Parameter geben wir jetzt an, den Pfad zu dem Verzeichnis, wo wir das Ganze hinkopiert haben. Das heißt, aufpassen, dass wir jetzt wirklich unter Users, dem Username, AppData, Lokal, Microsoft, in dem Verzeichnis schon sind. Ansonsten muss man bei mk-link den kompletten Pfad bis OneNote angeben. So, den Link, den kopiere ich jetzt einfach mal rein, hier raus, kopieren, und wir drücken ändern. So, symbolische Verknüpfung für OneNote erstellt. Das heißt, jetzt gucken wir uns das mal an, gehen halt in diesen Ordner, Benutzer, User21, AppData, Lokal, Microsoft. Also User21 steht für halt jeden beliebigen Username oder Userordner, muss man dazu sagen. Und wir sehen jetzt hier eine Verknüpfung, also einen Ordner mit einem kleinen Symbol. Das heißt, diesen Ordner gibt es physikalisch an dieser Stelle jetzt nicht, sondern der verweist halt auf den anderen. So, für das Betriebssystem ist das dann trotzdem, als ob das Verzeichnis hier unten, also für die Programme ist das, sozusagen ist dieses OneNote-Verzeichnis dann trotzdem existent. So, wir machen das Ganze nochmal. Das heißt, für den User21 haben wir das jetzt schon gemacht. Können wir hier entschließen. Jetzt brauchen wir das nochmal für den User4. und dann, den hatten wir hier noch auf, gehen wir auch wieder zurück, löschen jetzt das OneNote-Verzeichnis. So, dann navigieren wir in dieses Verzeichnis hinein und machen dasselbe in grün, bloß halt mit dem richtigen Zielordner. OneNote, so, und dann haben wir, haben wir jetzt diese Verknüpfung hier angelegt. So, die Mitarbeiter, wenn die sich nächsten Tag früh dann auf ihren Account einloggen, die bekommen davon überhaupt nichts mit. Das heißt, für die ist alles wie gehabt. Also, das heißt, der Cache wird jetzt auch nicht neu angelegt. Die können halt direkt ein Notizbuch öffnen, ohne, dass erstmal wahrscheinlich ein oder zwei Gigabyte pro Notizbuch heruntergeladen werden. Nachdem die Ordner jetzt verschoben sind, die Verknüpfung gestellt wurden, gibt es dann noch eine Kleinigkeit zu tun. Und zwar muss für die beiden verschobenen User natürlich die Rechte angepasst werden. Standardmäßig werden ja die Zugriffsrechte von oben nach unten unter Windows durch vererbt. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf Eigenschaften schauen, dann sehen wir, dass die Sicherheit hier halt darauf gesetzt ist, dass hier der Administrator Vollzugriff hat und die Benutzer nur lesen. Das heißt, der Benutzer, wenn er sich den nächsten Tag jetzt einloggen würde, würde im Prinzip zwar vielleicht das öffnen können, aber würde im Prinzip gar keinen Schreibendenzugriff, das würde zu irgendeinem Fehler in OneNote führen haben. Davon abgesehen, möchte man ja auch als Administrator gar nicht den Vollzugriff auf diesen Ort haben. Das heißt, das Recht müsste dann entsprechend entfernt werden. Wie genau die Rechte jetzt gesetzt werden, dazu will ich jetzt keine Empfehlung abgeben. Das muss halt jeder selber wissen beziehungsweise nach seinen Sicherheitsstandards beziehungsweise das, was mit dem Kunden entsprechend abgesprochen ist, umsetzen. So, das war's wieder mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest der Woche. Tschüss, euer Christoph. Euer Christoph.